So, herzlich willkommen hier bei Janik Frenkel Fotografie. Heute findet das Gewinnspiel-Shooting statt. Ich freue mich riesig drauf. Es hat auch ein wenig geschneit in den Hof. Und wir schauen einfach mal was daraus machen. Ja, seid gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin die Pettig. Ich hatte das Glück ein Shooting zu gewinnen und es war mega schön. Es hat mir mega gut gefallen. So Leute, das Shooting ist vorbei. Ich bin mega zufrieden. Bilder sind top. Auch wegen dem Wetter. Das Wetter war nicht das Beste. Aber man macht immer das Beste draus. Und die Bilder sind wirklich geil. Seid gespannt. Die Bilder werden folgen. Ciao, ciao. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.